Nachdem wir uns beim letzten Mal mit dem Thema Typografie beschäftigt haben, also Textgestaltung, wie man Texte und Schriften auswählt und am Bildschirm darstellt und wovon das alles abhängt, geht es dieses Mal um ein Thema, was noch viel, viel stärker mit grafischen Nutzungsschnittstellen verbunden wird, nämlich um das Thema Icon-Gestaltung, also diese kleinen Bildchen am Bildschirm. Warum ist es wichtig, dass wir uns damit beschäftigen? Na ja, guckt mal, guckt mal hier auf dieses Bild, wie viele dieser Icons sehen wir denn da? Unglaublich ist es doch, also auf links in dem Total Commander, da haben wir nicht nur diese Icon-Leiste, wir haben nicht nur die Ordner als Icons dargestellt, wir haben auch in den Menüs vor jedem einzelnen Eintrag so ein Icon. Dann haben wir den CD-Burner, da sind auch ganz viele Icons in der Menüleiste und in diesem Dateibrowser sind viele Icons drin. Naja, auch andere Programme verwenden an jeder Stelle Icons, also sei es da rechts, das sind ja die Icons des Firefox in dem Einstellungsmenü oder auch in iTunes haben wir hier Icons und überall gibt es Icons. An jeder Stelle gibt es Icons und dadurch, dass wir so viele davon haben und so viele häufig auch gleichzeitig dargestellt werden, verdienen die wirklich eine ganz große Aufmerksamkeit. Man kann nicht einfach mal so sagen, naja, dann nehmen wir halt so Icons. Leider passiert das aber oft und manchmal zu mit bedauerlichen Resultaten. Auch bei den Icons, die wir hier sehen, auf dieser Übersicht, gibt es einige in einigen Programmen, wo wir Kritik üben können und das werden wir, wenn diese Reihe jetzt durch ist, auch alle entsprechen können. Die Frage ist, wie findet man denn gute Iconsätze? Also hier ist es übrigens auch wieder so, Icons gestalten im Sinne von wir malen uns unser eigenes Icon, Das ist etwas, was euch wahrscheinlich als üblicher Softwareentwickler nicht unterkommen wird. Und wenn, dann solltet ihr einen Grafikdesigner beschäftigen oder bezahlen, der euch Icons gestaltet und der das auch gut kann. Denn da gehört durchaus einiges an Handwerkszeug dazu, dass man das gut macht. Was wir wohl aber machen, ist in dieser Veranstaltung, wir werden euch trotzdem Icons malen lassen und sagen, gestaltet mal einen Iconsatz für dieses und jenes Programm, für diese und diese Funktionen. Da kommt es uns aber natürlich nicht darauf an, dass das jetzt also wirklich komplett perfekt ausgestaltetes Icon ist, sondern dass ihr die, sagen wir mal, die Grundprinzipien beherrschen könnt und die dann entsprechend anwendet. Das sind natürlich auch keine Icons, die man dann so verwenden sollte. Icons zu gestalten ist wirklich eine komplexe Sache. Wo man vielleicht mal eine Ausnahme machen kann, ist dann und wann vielleicht ein Icon mal anzupassen, dass man ein Icon leicht abändert, zum Beispiel die Farbe des Icons ändert oder vielleicht mal was zusammenbaut. Aber auch da muss man schon vorsichtig sein. Wenn ihr jetzt also in die Verlegenheit kommt, Icons zu suchen für eine Software, werdet ihr euch irgendwelche Sammlungen bedienen müssen. Und da gibt es eine ganze Menge. Einige davon kosten Geld, die meisten übrigens. Und einige sind frei. Zu diesen Fragen mit den Lizenzen komme ich ganz am Ende nochmal. Aber nach welchen Kriterien wähle ich was aus? Was haltet ihr denn zum Beispiel hier bei WinRAR? Das ist ja ein durchaus verbreitetes Programm. Was haltet ihr von diesen Icons? Macht mal kurz Pause und überlegt mal, was ihr von den Icons haltet. Ja, das Problem dieser Icons ist vor allen Dingen, dass sie extrem detailliert und feinteilig sind und dadurch, sagen wir mal, sehr viel Wahrnehmungsaufwand bedürfen. Also zum Beispiel bei Anzeigen, da dieses Buch, das hat so diese feinen Rillen sogar drin. Das Icon für Löschen ist extrem detailliert. Auch andere Icons sind sehr, sehr stark detailliert. Das Icon für Schützen hinten zum Beispiel, da habe ich lange gebraucht, bis ich erkannt habe, was das eigentlich ist. Ich glaube, das ist tatsächlich so ein Brustpanzer von einer Ritterrüstung. Aber egal, ob man es jetzt nun erkennt oder nicht, was vielleicht noch ein anderes Problem ist, das Icon selber ist sehr, sehr detailreich und sehr kompliziert. Denkt mal an unsere, ja, uns mittlerweile schon bekannten Anforderungen zurück, wie Einfachheit und so weiter und so fort. Das erfüllt das auf jeden Fall nicht. Und dann gibt es hier noch ein Icon. Das ist mir persönlich eigentlich gar nicht so richtig aufgefallen, aber vor einigen Jahren haben mich Studenten darauf aufmerksam gemacht. Schaut euch mal das Icon an für Assistent. Was sieht man denn da? Einen orientalischen Menschen, der auf einem Tablett etwas anbietet. Das ist ein Icon. Das ist jetzt ganz was anderes als das, was wir hier in der Icon-Gestaltung besprechen wollen. Aber trotzdem ist das doch ein total unmögliches Icon. Es ist ein vorurteilsbehaftetes Icon. Und ich weiß nicht, was Leute aus dem Kulturkreis, dem dieser Herr hier entspricht, dazu sagen würden, dass wir quasi so ein Dienstboten-Icon aus ihnen machen. Das für Icon finde ich gänzlich unmöglich. Also die Icon-Gestaltung hier bei WinRAR ist nicht gut. Das sind keine guten Icons aus vielerlei Hinsicht, wie wir hinterher sehen werden. Was sind überhaupt Icons? Die Frage ist nicht einfach zu beantworten. Wie immer, wenn man solche Fragen stellt, sind diese Fragen nicht einfach zu beantworten. Denn, naja, die Frage ist, was ist ein Icon und was ist vielleicht auch kein Icon? Die Begriffe, Icon und manchmal im Deutschen Ikon genannt, aber relativ selten. Wenn, dann würde ich im Deutschen den Begriff Piktogramm benutzen. Durchaus auch korrekter Begriff an dieser Stelle. Das ist definiert, wenn man nun mal nach Definitionen schaut, findet man sowas wie bildliche Darstellung, die Ähnlichkeit aufweist zu dem, wofür es steht. Das klingt erstmal durchaus plausibel, aber es ist, sagen wir mal, nur dann, nur in wenigen Fällen auch tatsächlich richtig. Das rechts da zum Beispiel, was sehen wir rechts? Wir sehen oben ein Icon und das ist eine verkleinerte Darstellung einer PDF-Datei, die ich bei mir auf dem Rechner hatte. Ich habe das Icon jetzt sehr groß eingestellt, dass man das so detailliert sieht. Das Bild steht tatsächlich stellvertretend für diese PDF-Datei an dieser Stelle. Das heißt, an dieser Stelle stimmt also die Definition von oben. Es passt auch vielleicht sonst für Datei-Icons. Das sind bildliche Darstellungen, die teilweise zumindest Ähnlichkeit haben mit dem, wofür es steht. Also so ein klassisches Dokument-Icon sieht tatsächlich ein bisschen ähnlich aus wie ein Dokument und für ein Dokument steht es da. Aber wie sieht es zum Beispiel aus mit dieser Diskette da unten? Das Icon kennt ihr auch alle. Es war bis vor einigen Jahren das omnipräsente Icon zum Speichern und ist heute noch in vieler Software das Icon zum Speichern, die Diskette. Hat die Diskette Ähnlichkeit mit Speichern? Kann man das sagen? Man kann wohl sagen, Disketten haben etwas mit Speichern zu tun. Aber die Diskette ähnelt ja nicht dem Vorgang des Speicherns. Das geht ja gar nicht. Und häufig repräsentieren Icons, gerade wenn sie nicht Datei-Icons sind, also nicht Objekte sind, die ich erzeuge und mit denen ich interagiere, sondern wenn sie für Funktionalitäten stehen, wie üblicherweise in so Menüleisten das ist, dann haben wir häufig, dass ein Icon für eine Funktionalität steht. Und ein Bild kann schwerlich nur einer Funktionalität ähnlich sehen. Es gibt da, also da ist etwas Komplexeres noch dahinter. Und das müssen wir uns unbedingt auch angucken. Und dann kommt es noch dazu, dass auch Zeichen und kleine Bildchen als Icons bezeichnet werden, die überhaupt gar keinen Abbildcharakter haben. Wie Abbildcharakter? Was soll das heißen? Na ja, rechts, was sehe ich? Völlig unabhängig, wofür das steht, kann ich sagen, das eine ist ein gebundenes Dokument und das andere ist eine Diskette. Das kann ich erkennen und das kann ich so beschreiben. Aber diese drei Zeichen hier, die stehen so erstmal für gar nichts. Das heißt, natürlich stehen sie für etwas, wir wissen auch, wofür sie stehen. Das ist teilweise mit Konventionen verbunden, teilweise mit so ein bisschen konzeptuellen Darstellungen, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber es sind keine Abbildungen von etwas. Also das Stoppschild auf der rechten Seite ist keine Abbildung von irgendetwas Stoppendem. Das Recycling-Icon oder auch ein Reload-Icon könnte das auch sein. Das ist auch keine Abbildung von etwas. Das Zeichen für ein- und ausschalten, das ist so ein bisschen grenzwertig. Denn das ist eine Kombination aus der 1 und der 0. Und wenn ich sage, die bilde ich ab und kombiniere sie, dann könnte man sagen, das ist in gewisser Weise eine Abbildung. Aber diese Zeichen wiederum selber sind keine Abbildungen. Also hier zu sagen, das sind drei Abbildungen, das wird schwierig. Aber trotzdem würden wir ja von Icons sprechen bei diesen drei Zeichen. Das ist zumindest die übliche Variante. Man kann das Ganze jetzt strikter fassen und sagen, ich spreche nur dann von Icons, wenn wir so einen Abbildcharakter haben. Aber das geht an der Praxis stark vorbei und würde uns jetzt hier auch nicht leichter machen, denn dann müssten wir immer sagen, Icons und andere bildliche Darstellungen. Das hilft uns nicht. Deswegen sagen wir mal hier in dieser Praxis und bei uns in der Vorlesung, diese kleinen Bildchen, die verwendet werden, um etwas darzustellen, was nicht textuell ist, die nennen wir mal allgemein Icons und wir werden jetzt im Laufe der Vorlesung Icon-Klassen dazu bilden. Warum sollte man Icons eigentlich überhaupt benutzen? Wenn man dazu mal so eine allgemeine Recherche macht, dann findet man viele Aussagen dazu, die überhaupt nicht stimmen, die völliger Unsinn sind oder zumindest teilweise Unsinn. Wollen wir mal nicht den Leuten gleich alles absprechen? Schaut euch mal diese Definition hier an. Das ist eigentlich keine Definition, das ist eigentlich ein Werbetext. Schaut mal, was da steht. Da steht, das Grundprinzip eines Icons besteht darin, dass der Betrachter seine Bedeutung mit nur einem kurzen Blick darauf erfassen kann. Innerhalb weniger Sekunden hat er erfasst, welche Message-Funktion oder Information dahinter steht. Dazu sollte das Zeichen möglichst simpel und selbsterklärend sein. Oder ist es mittlerweile allgemein so etabliert und gelernt, dass es trotz darstellerischer Divergenz funktioniert? Entspricht es diesen Kriterien nicht, ist die Gefahr groß, dass es zu Missverständnissen oder Nichtbeachtung kommt, was im schlimmsten Fall zur Verärgerung des Betrachters führen kann. Um dies zu vermeiden, stehen Icons oftmals nicht alleine, sondern in Verbindung mit einem erklärenden Begriff. In diesem Fall greift allerdings ein weiterer wichtiger Vorteil nicht mehr, für den die Symbole eigentlich stehen. Im Idealfall kommen sie ohne erklärenden Text aus, sind dadurch international verständlich und bedürfen keiner Übersetzung. Der Text ist interessant, denn er spricht tatsächlich viele Aspekte der Icon-Gestaltung, auf die wir zu sprechen kommen werden, an. Aber falsch, in einigen Bereichen falsch. Gucken wir nochmal unten, was steht da? Icons sollten immer logisch sein. Ihr Sinn muss sich schnell und ganz von alleine ergeben. Optimal ist es, wenn der Nutzer den Text daneben überhaupt nicht braucht. So, jetzt gucken wir uns mal ein bisschen das an, was ich fett geschrieben habe. Mit nur einem kurzen Blick kann ich die Bedeutung erfassen. Das wird wohl nicht funktionieren bei Icons. Zumindest nicht immer. Stellt euch das mal vor, mit dem Icon von der Diskette. Wie kann ich mit nur einem kurzen Blick die Bedeutung dieses Icons erfassen? Selbst wenn ich Disketten kenne, das Icon steht für Speichern, das wissen wir. Das könnte aber genauso gut für Laden stehen. Und es kann auch und tut es auch an einigen Stellen, zum Beispiel dafür stehen, ein ISO-Image, also ein Disketten-Image einer Datei runterzuladen. Also kein ISO-Image, aber ein Disketten-Image einer Datei runterzuladen. Das kann ich doch dem nicht so ansehen. Das heißt, ich kann nicht die Bedeutung kurz mit einem Blick erfassen. Es hat immer mit Erlernen zu tun. Das wird hinterher auch erwähnt, dass es sich da um Konventionen handelt. Das Icon sollte möglichst simpel sein, ja, das sagen wir auch, aber selbsterklärend. Icons, die selbsterklärend sind, das geht nicht, das funktioniert nicht, denn ein Icon kann überhaupt nichts erklären. Ein Icon ist nur ein Bild und es kann in einem gewissen Kontext wiedererkannt werden oder man kann vielleicht auch ein bisschen aus dem Kontext erraten, wofür ein bestimmtes Icon an einer bestimmten Stelle stehen könnte. Aber selbsterklärend ist das Icon in keinem Falle. Und unten steht dann, dass Icons international verständlich sein sollten und häufig wird auch propagiert, dass Icons immer international verständlich sind. Das ist aber nicht der Fall, denn bestimmte Darstellungen sind häufig an einen Kulturkreis gebunden und in anderen Kulturkreisen werden sie nicht verstanden oder sogar falsch verstanden. Funktioniert also nicht. Der Sinn, das sich ganz schnell und von alleine ergibt, vergesst das. Und der Zusammenhang mit dem Text ist kein schlechter, sondern ist ein guter. Auch darauf werden wir zu sprechen kommen. Das heißt, diese Erklärungen sind falsch, auch wenn sie auf viele Aspekte eingehen, aber für uns sind sie nicht das Richtige. Zur internationalen Verständlichkeit, naja, da kann man sich mal ganz interessante Sachen überlegen. Viele Textdarstellungen, Eigendarstellungen, Bilddarstellungen sind zum Beispiel nicht international verständlich. Zum Beispiel, wenn man einen deutschen Briefkasten abbilden würde, so einen typischen gelben Briefkasten mit diesem Posthorn drauf, dann würde man das in Deutschland verstehen. Aber schon in England wäre das zumindest eine sehr irritierende Darstellung. Man würde wahrscheinlich das Posthorn erkennen, weil, soweit ich weiß, hat die Royal Mail in Großbritannien das auch. Aber in Großbritannien sind Briefkästen alle rot. Und dann haben wir schon mal ein Problem. Ein rotes Behältnis würden wir bei uns wohl nie als Briefkasten erkennen, weil es eine völlig untypische Darstellung ist für Briefkasten. Und davon gibt es viele, viele weitere Beispiele. Wir werden in einem späteren Thema, wenn es um Internationalität geht und um kulturelle Unterschiede, nochmal darauf zu sprechen kommen, wo mit eigenen Darstellungen Schwierigkeiten vorgehoben werden. Das Beispiel jetzt schon mal an dieser Stelle genannt, Darstellungen von Tieren zum Beispiel, sind zutiefst kritisch. Also eine Eule zum Beispiel steht in unserem Kulturkreis häufig für Weisheit. Wer von euch ein Lexikon hat oder vielleicht ein Bertelsmann-Lexikon. Bertelsmann hatte diese große Lexikonreihe Lexikothek. Und da waren überall Eulen in den Einbänden. Denn das stand für, naja, für Weisheit. In anderen Gegenden der Welt steht eine Eule explizit für einen dummen Vogel. Und ich finde manchmal, wenn man sich den so beim Gucken, also so anguckt, wie der guckt, dann kann man das verstehen. Aber so viel nur mal dazu an dieser Stelle und wir sprechen an anderer Stelle später darüber. Es gibt dann Icons, die etabliert sind, die ein gewisses Objekt darstellen, was in unserem Kulturkreis eigentlich gar nicht so üblich ist. Schaut euch das mal an. Program Files. Was sehen wir da? Wir sehen einen Folder, einen, ja, so eine Einhänge, so eine Einhängemappe. Davon gibt es das manchmal bei uns. Aber in Deutschland sind solche Ordner sehr selten. Und eigentlich sehen Ordner ganz anders aus. Ich habe ja hier auch Ordner. So was. Das ist doch ein Ordner. Bei uns. Die gibt es allerdings im amerikanischen Raum nicht so viel. Das heißt, eigentlich müsste man andere Icons bei uns verwenden. Was seht ihr daneben? Einen Mülleimer. Das daneben nochmal. Aber diese Art von Mülleimer, diese einfachen Zinneimer, die es da gibt, ja, die gibt es eigentlich bei uns kaum. Höchstens im industriellen Bereich manchmal. Im Amerikanischen sind solche Mülleimer verbreitet. Die amerikanische Sesamstraße hat ja zum Beispiel diese Figur Oskar oder die, der in einer Mülltonne lebt und lebte genau in so einer Mülltonne. Dann ein ikonisches Bild, um mal das Wort Icon hier wieder aufzugreifen. Was sehen wir daneben? Einen Notizblock, aber Notizblöcke bei uns sehen üblicherweise nicht so aus. Die sehen üblicherweise anders aus. Und was haben wir dann? Wir haben dann ein Klemmbrett. Ein Klemmbrett mit einem Blatt Papier. Aber das ist auch etwas, was eigentlich im europäischen Umfeld nicht sehr verbreitet ist. Klemmbretter sind auch eine typisch amerikanische Einrichtung. Aber trotzdem erkennen wir die. Das liegt zum einen daran, dass diese Dinge nicht gänzlich unbekannt sind in Europa, sondern es gibt sie ja, aber sie sind halt weniger verbreitet. Also wenn das ein Europäer gestaltet hätte, diesen Iconsatz hier, was kein Iconsatz ist, weil die Icons passen gar nicht zueinander, aber solche Icons, dann hätten die wahrscheinlich anders ausgesehen. Das haben aber Amerikaner gemacht. Das führt jetzt dazu, dass wir diese amerikanischen Bilder bei uns auch haben. Und wir erkennen sie auch und wir erkennen sie auch wieder. Warum? Weil sie international gebräuchlich geworden sind. Das macht nichts. Also an solchen Stellen, wir erkennen durchaus hier diese Objekte und erkennen sie auch wieder. Beim Klemmbrett übrigens ist das interessant. Die Kopieren- und Einfügenfunktion mit der Zwischenablage, die heißt ja im amerikanischen auch Clipboard. Im deutschen nicht. Und das kommt, glaube ich, nicht von ungefähr, dass die im deutschen nicht so heißt, weil diese Clipboard, diese Klemmbrett-Metaphorik im deutschen nicht so funktioniert, weil Klemmbretter nicht so verbreitet sind. Ein typischer Ausdruck über Icons ist dieser. Und das ist oft ein Argument, was gesagt wird, ah ja, warum sollten wir Icons verwenden? Na klar, mit so einem kleinen Bild kann ich erheblich mehr aussagen als mit ganz langem Text. Das ist ein Spruch, den man sagt, ein Bild sagt mehr als tausend Worte, der selten stimmt. Der stimmt, wenn man vielleicht ausdrucken möchte, wie kaputt das Auto ist, sagen wir mal so. Wie zerbeult ist das Auto? Dann kann ich natürlich sagen, ja klar, das Foto von dem Auto sagt das vielleicht besser aus als all die Beschreibungen, die ich hier mache. Aber an dieser Stelle, wo wir sagen, wir haben kleine Bilder, die für etwas stehen sollen, da kann es eigentlich nicht sein, dass das kleine Bild mehr aussagt als ein langer Text, der beschreibt, wofür es stehen soll. Es gibt vor allen Dingen gewisse Qualitäten, die ein Bild nicht haben kann. Und das sehen wir hier. Was sehen wir denn hier eigentlich? Was ist das alles? Wenn ihr das mal euch anguckt und würdet sagen, ah, was ist das alles zusammen? Also was trifft für jedes dieser Bilder hier zu? Dann werdet ihr bestimmt darauf kommen, das sind alles Transportmittel oder auch Fortbewegungsmittel, wie immer ihr es hier nennen wollt. Aber das Bild ist natürlich jeweils konkret. Das Bild unten links ist ein Bobbycar und das Bild unten rechts ist die Schwebebahn in Wuppertal. Das heißt, diese Allgemeinheit, Fortbewegungsmittel, Transportmittel, das kann man schwer in einem Bild ausdrücken. In einem Wort kann ich diese ganze Klasse ausdrücken. In einem Bild kann ich das nicht. Es gelingt mir nicht. Ich kann jetzt sagen, gut, ich nehme ein Icon für Transportmittel, also eines dieser Bilder. Ja, dann steht dieses eine Bild für die ganze Klasse, aber abgebildet ist natürlich nicht die ganze Klasse. Und das geht ja auch gar nicht. Da kommen wir zu unterschiedlichen Qualitäten von Text auf der einen Seite und Bildern auf der anderen Seite. Da gibt es noch ein paar mehr davon. Schaut euch das hier mal an. Texte sind potenziell eindeutig. Zum Beispiel Datenträger-Image herunterladen. Für Datenträger-Image herunterladen könnte ich zum Beispiel dieses Bild auf der rechten Seite benutzen. Aber das ist mehrdeutig, denn das Bild, haben wir eben schon mal gesagt, könnte auch für Speichern stehen. Tut es ja auch oft. Kausalzusammenhänge sind direkt benennbar in der Textversion. Das heißt, ich kann sagen, wenn das, dann das. Oder falls das, dann das. Von ungefähr das Gleiche hinaus. In einem Bild kann ich solche Kausalzusammenhänge eigentlich gar nicht ausdrücken. Und wenn, dann kann ich es implizit machen, indem ich eine Anordnung versuche und dann vielleicht noch ein Pfeil dazwischen zeichne. Aber dann habe ich schon wieder ein, sagen wir mal, nicht direkt abbildendes Zeichen dazwischen gesetzt. Dann fange ich eigentlich schon wieder an zu schreiben. Dann bin ich eigentlich schon wieder im Textbereich. Ich kann im Text die Negation von etwas formulieren. Das heißt, ich kann sagen, keine Diskette eingelegt. Zum Beispiel. Oder nicht existentes. Also, kein Passwort. Zum Beispiel. Ich kann hinschreiben, kein Passwort eingegeben. Aber in einem Bild kann ich das nicht. Ich kann nicht keine Diskette abbilden. Also, ich kann natürlich keine Diskette abbilden. Aber ich kann nicht ein Bild machen, was keine Diskette darstellt. Was kann ich machen? Ich kann natürlich eine Diskette nehmen und ein Fragezeichen daneben schreiben. Oder ich kann eine Diskette nehmen und durchstreichen. Aber was ich dann mache, ist, ich kombiniere schon wieder. Ich mache das nicht rein in dem Bild. Es geht mir jetzt darum, schaffe ich das rein durch ein Bild, rein durch eine Abbildung. Also, kann ich quasi, man könnte es sich vereinfacht vorstellen, durch ein Foto die Nicht-Existenz einer Diskette darstellen. Schwierig, ne? Geht nicht. Dann haben wir aber auch Vorteile auf der Bildseite. Jetzt hatten wir eigentlich mehr Vorteile auf der Textseite. Das Schöne an dem Bild ist, dass es direkt assoziativ ist. Das heißt, ich gucke drauf und sage, oh, dieses Zeichen ist eine Diskette, das erinnert mich ans Speichern. Und das geht ganz schnell. Das ist so quasi eine Abkürzung, die man haben kann in der Rekonstruktion, wofür etwas steht. Das funktioniert beim Text nicht so einfach. Ich muss den Text dann erst lesen, muss das Gelesene verstehen und kann mir dann erst diesen Hinweisreiz generieren. Das Bild kann das erheblich schneller. Oder wenn ich weiß, wofür es steht oder wofür es gestehen könnte zumindest. Also, ich kann natürlich von einem Programm auf das andere übertragen. Da stand mal eine Diskette, hier steht eine Diskette. Naja, dann habe ich eine gewisse Hypothese. Aber das geht natürlich nur, wenn ich das schon mal gesehen habe. Und das andere Vorteilhafte ist, und das ist, glaube ich, einer der Hauptgründe, warum man die so gerne verwendet, diese Bildchen. Die Erschließung ist parallel und ganzheitlich. Das heißt, ich kann so ein Bild in einem Blick erfassen und muss das Bild nicht lesen. Vor allen Dingen, wenn das Bild nicht zu kompliziert ist, nicht zu komplex gestaltet ist. Und ich habe so quasi das ganze Ensemble an Icons schnell gesamt erfasst und muss nicht die einzelnen Textteile darin lesen. Das heißt, es geht auch an dieser Stelle schneller. Gut, was haben wir jetzt an dieser Stelle? Wir haben Vorteile auf der Textseite, wir haben Vorteile auf der Bildseite. Was kann der Kompromiss nur sein? Naja, gemeinsam verwenden natürlich. Also, das könnt ihr euch als Regel merken, Bild und Text schließen sich überhaupt nicht aus, sondern ganz im Gegenteil. Bild und Text sollten immer gemeinsam verwendet werden. Ausnahmen, dass ich nur ein Bild verwende, liegen nur dann vor, wenn die Bilder entweder extrem stark konventionalisiert sind oder wenn ich ein Platzproblem habe. Aber dann muss man sich schon wieder was einfallen lassen, ob man dann nicht irgendwie eine Technik verwendet, um trotzdem diesen Text noch herbeizubringen. Denn man muss sich ja auch diese Bilder erst einmal erschließen können. Ich habe ja gesagt, man kann nicht aus dem Bild direkt schließen, wofür das Bild steht. Das heißt, man muss weitere Informationen von irgendwoher bekommen. Hier sehen wir schöne Beispiele für Bild und Text als Inkombination. Und hier sehen wir schon oben aus der Software Keynote. Das ist ja genau die Software, die ich hier gerade verwende. Da seht ihr, dass unter den Icons, unter den Schaltflächen oben in der Menüleiste, jeweils auch drunter steht, wofür das Ganze steht. Und das ist die ideale Kombination. Ich kann schnell wiedererkennen, wofür etwas stand, wenn ich es schon kenne. Also ich kann zum Beispiel das Record-Icon schnell wiedererkennen, ich kann das Play-Icon schnell wiedererkennen und so weiter und so fort. Wenn ich aber das noch nicht weiß, wofür das steht, dann kann ich da unten drunter den Text lesen und kann gleichzeitig mir damit, ja, das, aber damit gleichzeitig eine Hilfe, um das zu erlernen. Dann, hinzu kommt noch, dass Leute auch unterschiedliche Präferenzen haben. Es gibt eher die Leute, die gucken mehr auf die Icons. Es gibt Leute, die gucken quasi nie auf die Icons und lesen immer den Text. Und naja, auch in verschiedenen Kontexten kann es mal so und mal so sein, dass mal das eine und mal das andere von Vorteil ist. Denkt mal zum Beispiel auch daran, ihr wollt jemandem helfen und sagt, du musst dann oben auf das Icon so und so drücken. Dann ist das schon praktischer, wenn ich jemandem sagen kann, du musst oben auf Record drücken, als du musst oben auf das Icon drücken mit dem einen Kreis außenrum und mit dem roten Punkt innen drin oder so. Das ist ja sehr kompliziert. Das heißt, da ist natürlich, wenn ich da vor allen Dingen drüber reden muss, die Beschriftung ja viel praktischer. Das heißt, beides zu kombinieren hat eigentlich immer nur Vorteile, außer zwei. Einer ist, es ist mehr auf dem Bildschirm, also mehr Potenzial wahrzunehmen. Da kann man natürlich sagen, das muss ja nicht sein. Und das andere ist, ja, es braucht auch Platz. Die Icons alleine würden natürlich weniger Platz in Anspruch nehmen, wobei das hier nicht so viel ist an diesem Beispiel. Ja, und das mit dem Platz, wenn ihr euch dieses Beispiel hier unten anguckt, das sind die Ribbons bei Microsoft Word. Na ja, also eigentlich hätte man hier noch mehr Platz gebraucht. Vor allen Dingen, wenn ihr euch mal in diesem Bereich Illustrationen das anguckt, die Bildbeschreibungen, also die Icon-Beschriftungen, wenn man so möchte, die sind ja viel zu nah aneinander. Alter, das liest sich ja wie eine Zeile so durchgehend. Das heißt, man hätte eigentlich hier mehr Platz gebraucht. Da sieht man das Problem nämlich gut, dass es diesen Konflikt gibt. Dieser Konflikt zwischen der Notwendigkeit, Bild und Text zu kombinieren und, na ja, der Notwendigkeit, Platz zu haben. Wir werden später das als Designkonflikt auffassen. Nämlich das eine ist die Erschließbarkeit. Die Erschließbarkeit verlangt von uns, dass wir Bild und Text gleichzeitig verwenden, weil nur dann kann ich mir erschließen, wofür die Bilder stehen, wenn ich auch den Text dazu habe. Und Übersichtlichkeit auf der anderen Seite, dass ich gut voneinander trennen kann, welche Objekte wie zueinander stehen, dass ich weiß, was ein Objekt ist und was das nächste Objekt ist. Gibt es hier einen Ausweg, also Bild und Text zusammenzuverwenden, ohne Platz zu verschwenden? Klar, den kennt ihr auch sicher alle, nämlich die guten alten Tooltips. Die gibt es tatsächlich schon relativ lange, also gute alte Tooltips kann man hier vielleicht sogar sagen. Also eine Auflösung dieses Designkonfliktes kann ich machen, indem ich diese Tooltips einbaue. Was ist ein Tooltip? Ein Tooltip bedeutet, ich gehe mit dem Mauszeiger über ein Icon, ich müsste es vielleicht so rummachen, ich gehe dem Mauszeiger über ein Icon und dann entsteht entsprechend ein Textfeld und auf dem Textfeld steht drauf, wofür dieses Icon steht. Die Technik habt ihr garantiert alle schon mal gesehen. Das ist eine Möglichkeit, um Platz zu sparen und trotzdem die Erschließbarkeit, also dieses, wofür steht das denn doch gleich, zu erhalten. Hat aber Nachteile und zwar eine ganze Menge. Nämlich zum einen erfordert das einen Zwischenschritt. Ich muss jetzt ja erst mit der Maus dorthin und kann das nicht einfach so direkt wahrnehmen am Bildschirm. Das widerspricht einer Forderung, die wir später bekommen werden, die Eingabeminimalität heißt. Das ist schon im nächsten Thema, also nächste Woche werdet ihr das kennenlernen. Die erscheinen zeitverzögert, das heißt, ich muss dann auch noch mal zusätzlich warten. Sie erscheinen ja nicht sofort, wenn ich mit dem Mauszeiger draufgehe, sondern erst eine kurze Zeit danach. Das widerspricht der Forderung nach Unmittelbarkeit, die wir wiederum in der Woche darauf kennenlernen werden. Man muss überhaupt wissen, dass es sie gibt. Das heißt, jemand, der unbeholfen ist, der vielleicht gar nicht weiß, dass es so etwas wie ein Tooltip gibt und dass man den kriegen könnte, der kriegt die vielleicht nie zu sehen oder er kriegt es nur zufällig mit, weil er mal irgendwann zufällig ein Mauszeiger über so einem Icon stehen lässt. Das heißt, es fehlt an der Erschließbarkeit. Das ist erstaunlich, weil Erschließbarkeit war gerade der Grund, weswegen ich die Tooltips brauche. Aber sie selber sind nicht erschließbar. Ich sehe nirgends am Bildschirm, dass es Tooltips gibt. Das ist das Problem an dieser Stelle. Und dann haben wir noch einen technologischen Nachteil, denn Tooltips sind in erster Linie eine Maustechnologie bzw. eine Zeigertechnologie. Also wo ich einen Zeiger am Bildschirm habe, den ich entweder mit der Maus steuere oder auch mit dem Trackpad. Das macht keinen Unterschied. Aber das muss ich halt machen. In Touch ist das mit Tooltips so eine Sache und uneinheitlich implementiert. iOS hat meines Wissens nach gar keine. Android hat welche. Sie werden aber nicht oft und nicht konsequent benutzt. Dieses Bild hier unten ist schon jetzt einige Jahre alt. Das ist aus Koala. Das ist aus dem Vorgänger an der Uni Paderborn von dem jetzigen Panda-System. Da gab es ja das System Koala. Eine eigene Entwicklung für eine solche Lehr-Lern-Plattform. Und was sehen wir da? Naja, wir hätten jetzt hier draufklicken können auf eine Dokumentensammlung Vorlesungen, Vorlesungsfolien und dann hätten wir einen Ordner gesehen mit Dateien zum Runterlernen. Eigentlich ziemlich ähnlich, wie das in Panda auch ist. Naja, und ich bin in der Bearbeitungsansicht. Das heißt, ich könnte jetzt diesen Ordner auch umbenennen, könnte den löschen und sonst solche Dinge tun. Und womit kann ich das tun? Mit diesen kleinen Icons da auf der rechten Seite. Das ist eine Darstellung oder eine Gestaltung, die unglücklich gewesen ist. Aus vielerlei Hinsicht. Die Icons sind zu klein. Die Icons sind zu nah aneinander. Das heißt, man klickt sie schnell versehentlich. Nächste Woche Eingaben werden wir darauf zu sprechen kommen. Und ich sehe nicht, wofür diese Icons stehen. Es steht da nicht. Es gibt Tooltips. Aber warum brauche ich hier Tooltips? Da ist doch riesig viel freie Fläche. Ich könnte einfach diese Icons untereinander schreiben und könnte direkt daneben schreiben, wofür diese Icons stehen. Und überhaupt kein Problem damit. Und würde keinen Platz verschwenden, denn der Platz ist im Überfluss da. Ihr seht also, Icon-Gestaltung und die Kombination Icons mit Text ist nicht ganz einfach. Wir werden auch über einige Dinge sprechen müssen und tun das ab dem nächsten Video.